Hallo und herzlich willkommen bei einer Folge Vita und äh mit Moritz, hallo. Hallo. Oh, du bist drauf. Ja, es hat funktioniert. Du bist auf dem Server, wuhu. Sag gar nicht, mein Geurl. Ah, tschuldigung. Sag gar nicht, mein Geurl. Boah, das hab ich früher immer, das hab ich in der Schule immer so gefeiert. Fand ich war lustig immer. Hi. Ich bin der Cube. Okay, ähm, genau, was ich geplant habe, war ein bisschen Tinkers Construct erforschen. Und, ja, das machen wir gleich mal. Tool. So, vielleicht könnten wir das ja zusammen machen, weil ich kenn mich damit halt auch schon so ein bisschen aus. Und, so, dann können wir das vielleicht zusammen irgendwie so gemeinschaftlich machen. Später mal. Okay, erstmal hier ein bisschen, brauch ich so ein Tool irgendwas. Tool Forge. Ja, genau. Ich brauch das Tool Forge, Stencil Table und noch irgendwas. Geil. Meine Basis kommt natürlich genau an der Schlucht raus. Dann, brauch ich das so, dass hier dann die Wand ist. Tool Station. Und, da haben wir gleich ein Buch bekommen. Und zwar Materials and You. Ja, das ist... Ja, das Buch nicht. Egal, ähm. Ja, das hat man am Anfang auch gehabt. Hier wird dann auch der Ausgang des Hauses sein. Ich sollte eigentlich erstmal noch den Bereich definieren, wo ich alles machen will. Dann, mach ich das so, dass hier halt die Wand hinkommt und der Bunker eher so in die Richtung weiterführt. Okay. Eins, zwei, äh, drei. Es sind jetzt drei im Gesamten und dann hier hin. Oder? Ich bin gerade irgendwie zu behindert, um richtig zu zählen. Ich mach jetzt mal die Musik an. Hab ich vergessen. Irgendwie immer, wenn ich Spotify auf dem anderen Bildschirm auf einem Blacks bei mir. Wenn ich es dann wieder minimiere, dann geht es wieder. So, bis dahin. Und dann hier wieder auf die andere Seite. Ich hab es echt... Okay, es ist... Hast du eigentlich auch schon vorne das Maltry gleich zu bauen? Ja klar, ich... Wenn, dann statt ich hier richtig durch. So. Willst du mal eine geile Sneed pro sehen? Ja, ja. Spätere erstmal möchte ich... Okay, jetzt hätte ich glaube ich sogar in den Bereich definiert. Jetzt möchte ich hier nur noch... Piu, piu, piu. Ping, 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 ping. Aber die zielt irgendwie nicht so nah ran. Ja, ähm, hat mich irgendwie als... Ah, nee, ist er mir nur als Monster, sowas wie sie hier vor der Frisse, ne? Hm, genau. Okay, das ist voll geil. Du kannst hier noch auf- und modifizieren, also Schalldämpfer drauf machen und so. Ah ja, und Techlight geht auch, ne? Ähm, ja, stimmt. Ich glaub schon. Ja, genau, stimmt. Damit hab ich mich eigentlich Geld beschäftigt. Ich hab nur das Techlight mal gefunden. Falls lustig. Baut man sich das denn? Boah, mich nerven die ganzen Gräser. Bevor ich das dirty abbauen kann, muss ich erstmal noch die Gräser wegschauen. Aber was ich wohlfinde, du kriegst auch Reis und sowas raus. Ja, kannst du eigentlich... Wacht, das ist nicht... Kann man den irgendwie anpflanzen? Ähm, keine Ahnung. Ja, und dann hab ich Reiberglas. Und dann produziere ich mich mit Haaren und zerstell die ganze Welt. Und das ist ein Play-and-Send-Mixture. Ah, da brauch ich nur Clay-and-Send. Das hab ich wohl gedacht. Moritz, meinst du, meinst du, meinst du so realistisch, dass Reis- und Bauch hier auch irgendwelche Umwelt, äh, Einflüsse macht, also es... Aber Hafenma... Wetter hat keiner meine Tomaten abgeerntet. Oh ja, geil. Tomaten. Ah ja, ich hab Tomaten rausbekommen. Geil. Teils. Was ist das hier? Strawberry? Was ist das hier? Bella Donnerflauer. Bella Donnerflauer. Moritz, ich hab mir die Gemüsewelt. Oder Obstwelt. Scheiße. Gemüse und beides eigentlich. Ich baue beides an. Eins. Unter deinem Haus übrigens. Was? Ja. Und ein bisschen da bei diesen Stelzen halt. Okay. Ich lass's mal durchgehen. Kleines Feld. Nicht, dass ich noch Steuern dafür bezahlen muss, oder so. Ja, jetzt, wo du es gesagt hast, ne? Hä, wo sind meine Tomaten? Sieht's. Ah, die hab ich dann angepflanzt wieder. Weißt du, ganz zufällig irgendwie O-Quds? O-Quds? Ja, zwölf Stück hab ich noch. Okay, zahlt. Mal schauen, wie weit ich mit meinem O-Quds komme. Ich geb dir einfach noch meins. War spannend. Danke. Bitteschön. Hier, in der Kiste sind auch noch mal 21, die ich hier hingesetzt hab. Ach, cool. Cool. Dann. Mach hier alles schön hin, wenn's geht. Weil ich brauch ganz viel Holz und alles. Kann ich da rausmachen? Geil. Ich kann ein Kebab machen, Alter. Ein Döner? Oh. Ja, wir brauchen ein Aimen fürs Projekt, damit ich hier Döner machen kann. Okay, dafür brauch ich Salz. Wie krieg ich Salz? Aus? Oh, äh, da gibt's Ärzte dafür. Ja. Geil. Okay, mein Ziel ist es, in den nächsten paar Folgen einen Kebab zu machen. Ja, wir machen so eine Döner-Bude auf. Dann bin ich die Döner-Bude, Alter. Ja, Mann. In meinem Militär-Statspunkt. Mit Döner, äh, mit Tomaten und allem drum und dran, oder was? Ja, du brauchst eine Tomate, dann zwei Toasts und Salz und ein Steak. Okay. Das ist so lustig, Alter. Okay, Skilett. Skilett! Hab ich nicht selbst mal irgendwie Asche gefarmt? Zum Ofen betreiben? Ich kann so... Ist hier nicht so ein ganz Salzplatz? Nein, Limestone. Hä, irgendwo hab ich Asche gefarmt. Hab ich sie in die Öfen getan? Keine Ahnung. Nö, ist alles verbraten. Irgendwie hat... Also, ich hab ein bisschen verbraucht, ein Marble zu machen, aber jetzt auch nicht so viel. Ich kann ja auch ein bisschen Marble noch geben. Ich hab hier noch... Oh, danke, danke. Hab ich gefunden, weil... Mein Stützpunkt... Ist da Reis? Oh, nee, doch nicht. Ähm, was ist das da? Hm? Mandrake Seeds. Die pflanze ich auch gleich mal an. Okay. Das ist Mandrake. Ja, Mandra... Mandragura? Das ist so eine Wurzel. Das ist so leid, ich weiß. Nein, nein. Oh, oh, oh. Alter, ich werd hier rumgeballert und auf mein Feld und so. Ich überlege, Gras. Äh, was soll... Ah ja, ich wollte eine Schaufel machen. Ah, danke. Ja, ich hab so ein verdammtes Kurzzeitkrieg jetzt gerade. Seit wann droppen eigentlich Skelette Lungen und sowas? Blumen? Lungen. Lungen? Äh, das liegt am Necromancy, soweit ich weiß. Ja, aber Skelette ist ja ein bisschen unlogisch. Ach so. Kann sein, dass er noch so eine Lunge bei sich hatte. Vielleicht war er ja ein Engel und hatte einen Lungenflügel dabei. Hier, verstehst du mal ein Flügel? Oh. Nein, das ist mir jetzt so niveaulos eigentlich schon fast, aber... Muss ich bringen. Okay, gut. Dann haben wir hier die letzte Reihe. Ähm, Dirts, die wir hier abschlagen müssen. Perfekt. Haben wir noch irgendwo... Was ist denn das? Okay, kommt's. Raw Silicone. Und hier ist noch ein bisschen Reis. Das kann ich nur aufs Reis machen. Ne. Bowl of Reis. So, dann haben wir hier schon mal unser schönes Gebiet, äh, für, ähm, unser schönes Haus definiert. Das muss hier nur auch... Und ich nutze mal hier ein bisschen diese Kohle. Hm. Alter, wie viel Marble hier drin ist, ne? Ja, ich hab noch ein bisschen, auch ein bisschen gefarmt. Ich glaube, ich geh mal ein bisschen Kohle holen. Okay. Wenn da noch irgendwo was ist, in der Höhle. Und dann mach ich mir auch noch ne... Dings Munition. Für meine geile Barret. Okay. Mit einer Barretta. Ja, aber was ist das denn? Was ist das? Hm, was ist was? Das ist irgendwie so ein schwarzes Zeug. Äh, das ist wahrscheinlich Öl. Das kann natürlich sein. Kann sein, ich bin nicht auf eine Ölquelle gestoßen. Ah ja, das ist die Wahrscheinlichkeit in dieser Schlucht unten drin. Ja, genau. Ähm, wo auch ein bisschen, äh, ja, da wo es so ein bisschen reingeht, ne? Hm. Ja, das ist wahrscheinlich von mir. Jetzt noch hier, den Boden hier ausgleichen. Was ist denn das hier? Hä? Hm? Ah, das ist dieser Froststein da. Ja, wahrscheinlich der, den ich gemeint habe. Fernseed hab ich da rausbekommen. Okay, aber pflanzt es nicht, dann wahrscheinlich verbreitet ist über so eine fette Eiszeit. Das wär das cool. Ja, cool. Schädel. Boah, das ist einfach so, mir mit nem Klo stöpst und auf den Kopf. Geh, eh? Obwohl ich kann ja nicht den Boden hier gleich schon wieder abtragen. Boah, Alter, ich hab irgendwie Angst vor dem Öl. Ich hab Angst, dass da irgendwie Schaden drin bekommt. Nee, nee, bekommst keinen Schaden. Echt? Nee. Vertraue, der wird trotzdem nicht. Mein Problem, Moritz, da bekommst du kein Schaden. Aber ich will da trotzdem nicht rein. Und wahrscheinlich werde ich mich mit Tinkers Construct befassen, nachdem ich hier den Boden ausgemacht hab. Hast du vielleicht irgendwie Gravel oder Clay? Oder beides? Alles, was ich hab, hab ich da einiges Thron gelegt. Okay. Auch. So, das ist so die Gemeinschaftskiste. Gut. Wunderschön. Ich werde bald mal ein paar Sachen mitnehmen. Aber ich würde sagen, die Sachen, die da noch drin sind, die teilen wir uns erstmal noch, oder? Ja, ja, klar. Weil ich weiß jetzt nicht mehr, was man meint und was da hinten ist. Das ist kein Problem. Wir sind ja eine Gemeinschaft. Ja, wir sind bis jetzt noch eine Kommune. Bis wir dann eine große Diktatur werden. Oh, ja. Essen? So, ich bin nur hier unten, um Kohle zu farmen. Ich werde jetzt hier nichts anderes mitnehmen. Nein, nicht mal Diamanten? Nein. Okay. Ich werde alles ignorieren, nur Kohle. Nicht. Ich hab ein Herz. Ja, hab ich schon mal gegessen. Also Minecraft. Ich würde, also wenn man sich das so vorstellt, wenn man das essen würde. Gibt's doch auch wie das Essen wahrscheinlich. Ja, aber von einem Zombie. Ja. Oder von einer Spinne, so ein Spinnenherz. Ne, ich glaube, das ist ein ganz normaler Herzen. Weil Zombie war ja auch noch früher Mensch. Ja, es ist nur ein bisschen vergammelt, ne? Dann war es noch einen extra Geschmack. Ja, das ist wirklich. Ähm, ja. Läuft. Ich kohle euch 39 oder sich so gut mit Duhl. Ja, können wir uns auch wieder teilen? Vielleicht. Was du Arsch? Teilen! Ich muss ja auch ein bisschen was machen mit der Kalle. Ja, ist schon klar. Ah, wir teilen, du Arsch. Na gut, wir teilen. Finde ich gut. Ähm, weißt du, ob in diesem Mordor-Gebiet, ähm, Mordor-Biom auch irgendwie, ähm, dieses Basalt, also das ist der schwarze Stein, äh, schwarze Stein. Ah, schwarze Stein. Äh, ob der schwarze Stein irgendwie Basalt ist? Nein, das ist Asche. Oh. Aber vielleicht kannst du ja auch Asche-Bricks machen. Und dann versinkt man da drin und wird schwarz. Nein, versinkt es da nicht drin. Ja, und dann wird man schwarz. Das ist so gehärtete Asche. Ach so, na klar. So zerdrückt, ne, zu so einer fetten Masse. Nur, es gibt halt auch noch so andere Asche-Biome. Ja, ich will so Basalt haben, glaub ich, von meinem Boden, ich weiß es nicht. Warte mal kurz, soll ich mal kurz gucken? Äh, mach ruhig, wenn du möchtest. Hatte ich nicht hier auch irgendwo Blöcke von denen? Mal gucken. Weißt du, zufällig, wie viel, ähm, von den schwarzen Stein man braucht? Echt? Weißt du, zufällig, wie viel, äh, das ist alles? Oh. Ach, von den Sierra Bricks? Ähm, ja. Ich brauchst... Mehr als ein Stack, oder? Ich brauchst davon, auf jeden Fall über ein Stack. Also, Engels. Okay, ja, okay. Ich nehme das ja mal kurz raus, kann man das braten? Nee. Und noch eine neue Schaufel, oh Gott, ey. Ich hab schon wieder 26, äh, Ding gehört. Guck mal hierbei, wie ich ne Mordnummer, wie sie, bisschen, fossil. Fossil. Obwohl, ich mach das jetzt einfach knallhart, ne, ich meine Steinspitzacke, so brutal bin ich. Du bist ein Fieder, dann gibt's hier den, ich glaub, das war der Kalte Wehter. Oh, die Folge ist vorbei. Wow, das ging verdammt schnell, fand ich. Ähm, du, 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 mach mal die Musik aus. Da. Warte kurz, Hilfe. Ich warte, ich warte. Na, ich schätze gar nicht. Bevor du Alarm nicht ausgeht, mach ich nicht meine Abbotortation. Na gut, na gut, na gut. Warte kurz, warte kurz, warte kurz. Alter. Wollte die geile Musik, oder? Ja, mach sie aus, Alter. Mach sie aus. Es geht nicht aus. Alter, mach auf. Es geht nicht aus. Mach aus, Mann. Ich mach das Handy aus. Es geht nicht aus. Ja, herunterfahren. Das war uns. Ja, okay. Ähm, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, würde ich mich auf jeden Fall über meine Werten freuen. Und ansonsten, haut rein und... Tschüss. Tschüss.